Ich finde es krass, dass ich 27 Jahre alt bin, seit 27 Jahren eine Vulva habe und mir immer noch über viele Dinge nicht bewusst bin. Wir sind Menschen und kein Backrezept. Nichts ist genormt oder festgeschrieben, ja und das macht uns doch perfekt. Entsprungen sind wir alle gleich, aus einer Vulvas schadreich. Ja und warst du auch ein Kaiserschnitt? Man hat dich durch die Vulva reingekriegt. Ich heiße WU, 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 heiße WU, 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 heiße WU, 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 heiße WU, 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 heiße Vulva. Ladies und Gentlemen, willkommen, willkommen zur einzigartigen, grandiosen, pervers-populären und populär-perversen Show von allen für alle. Fotze, Fuge, Schweidelloch, habt ihr für mich außer Korn, doch durch das ganze halbe Wissen geht mit Potenzial verloren. Sexismus, es geht um euch, um die Wurst und um die 50% der Weltbevölkerung, die sich da Frauen, Mädchen, Girls, Weibers, Fraulein, Damen oder Ladies nennen. Das war Ihnen. Das war Ihnen. Das war Ihnen. diese Kommission verbaut Zordamen Wurzeln.